Hallo zusammen, ich bin Joshua und mache das Lehre als Garosserie-Lackierer FZ. Hier in der Garosserie Spitz. Und wenn ihr Lust habt, zeige ich euch jetzt meinen Betrieb. Kommen doch einfach mit. Als erstes muss ich die Farbe mischen. Wichtig ist, dass es genau ist, sonst kann passieren, dass der Lack nicht trocknet. Ich arbeite gerne hier. Es ist ein cooles Team. Super moderne Ausstattung. Und ich kann schon sehr viel alleine machen. Jetzt sind wir schon in der Kabine angelangt. Wichtig ist, dass es überall gedeckt hat. Man sieht nachher, dass es Metall umgeht. Auch ein Teil meiner Lehre ist, Teile vorzubereiten. Hier ist gerade eine Stoßstange mit einem Kratzer. Der Kratzer muss rausschleifen, damit es dann in die Kabine zum Spritzen kann. Wenn du dich für diesen Beruf interessierst, dann solltest du hier handwerklich begabt sein, damit sie genau arbeiten können, weil ich Freude an Farben habe. Natürlich auch dazu, polieren. Das heisst, man muss die eingeschlossigen Stäubli zuerst anschleifen, dann polieren, damit wir nicht mehr sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewerben wir euch heute noch hier bei Grosserie Spitz. Wir werden uns freuen über eure Bewerbungen.